Wir laufen, Tanki. Ja, ich freue mich schon auf den vierten Norden, dass wir wieder Lisbon spielen können. Ich bin dabei und ich wünsche mir, dass 300 Fans kommen und dass alles so gut läuft, wie es war. Wie gesagt, da werden wir mal gucken, was noch passiert. Ich hoffe, ihr seid alle dabei mit den 300 Fans und das wird bestimmt ein schönes Wochenende. Spielst du mit? Wie gesagt, ich spiele selber auch ein bisschen mit, ich darf nicht so laut reden, ist klar. Und ihr schwimmen auf Asche? Ja gut, dann schwimmen wir halt auf Asche, aber ich werde mein Bestes geben. Nur der Gegner muss da ein bisschen aufpassen, weil ich ja beide Knie kaputt habe. Ja, die Gegner sind ja nackt, da passiert schon nichts. Ja, aber sonst mache ich da gerne mit und das ist kein Problem. Und ich freue mich auch schon drauf und bin stolz drauf. Und als Maskottchen nehme ich meine Süße wieder mit, die wir in Ostfriesland auch hatten. Und die hat uns super gerettet beim 8-8. Das war nicht so geil. Nur mit dem Regen auf Platz. Ja gut, das konnte man nicht wissen, aber das war in Ordnung. Jetzt spielen wir geil auf Asche. Ja, jetzt spielen wir geil auf Asche. Und gegen die Nationalmannschaft. Wie ist das für dich, dass du... Und gegen die Nationalmannschaft? Ja, das wäre doch mal wunderschön. Da wollen wir endlich mal, als wir Port-Originale-Fans und natürlich deine Wenigkeit dabei sind, dass wir mal gegen die Nationalmannschaft spielen. Und das wird bestimmt richtig lustig, schön und locker. Und deswegen wünsche ich mir, dass 300 Leute kommen. Von Moskü noch 450 kommen, ist mir egal. Hauptsache wir haben Spaß. Es gibt aber nur 300 Karten. Ja gut, egal. Wir lassen sich ja die in Duisburg, wenn die da Connection haben, umsonst ran. Ist mir auch egal. Hauptsache es wird lustig und spaßig und wir freuen uns. Wenn das Wetter jetzt noch mitspielt, ist doch alles in Ordnung. Wunderbar. Korrekt. Das war mein Kommentar dazu und... Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann sehen wir uns in Duisburg. Aber du musst mich abholen. Chiara holt dich ab. Au, schön gut an Chiara, meine anderen Süßen. Ja, du hast ja immer ein paar Mädchen am Start, ne? Ja, hab ich doch gesehen in unserem Spiel. Da hab ich so viele Mädchen gehabt und Frauen gehabt immer. Die wollen alle nur Fame. Ja. Sonst ist eigentlich alles gesagt worden, aber... Wunderbar. Gleich noch mal ein bisschen. Ja.